Hello, liebe Freunde und ganz herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz besonderen Video, auf das ich mich wirklich schon seit Monaten freue. Beziehungsweise nicht freue, wir kommen gleich dazu, warum nicht. Aber wir haben am Sonntag irgendwann um 23 Uhr noch fast die eine Million Abonnenten geknackt. Oh, und ja, eine große Sache, die euch jetzt vielleicht erst auffällt. Ich hab's schon auf Instagram und Snapchat und so gesagt, aber wie ihr sehen könnt, mein Kanalname hat sich geändert. Was auch etwas war, was ich wirklich lange Zeit machen wollte, seit irgendwann Oktober 2016. Und ich hatte überlegt, das am 1. Januar zu machen, hab mich dann aber irgendwie doch umentschieden, weil ich zu faul war, um es am 1. Januar zu machen. Und dachte dann, wenn wir die Million haben, mach ich es auf jeden Fall. Und jetzt hatte ich keine Ausrede mehr, also hab ich's gemacht. Und wie ihr sehen könnt, mein Kanal heißt jetzt halt so, wie ich auch heiße, nämlich Barbara Sophie. Und das war etwas, was ich schon lange Zeit machen wollte, einfach weil ich damals den Kanal Barbie Loves Lipsticks vor langer Zeit gegründet hab. Wir kommen gleich darauf, gucken uns ja heute mein allererstes wunderschönes Nicht-Video an. Als ich damals meinen Kanal gegründet hab, hab ich echt nicht daran geglaubt, dass ich das so lange machen werde, wie ich es jetzt letztendlich mache. Ich dachte echt, so zwei Videos lade ich hoch. Ich hab's echt niemandem erzählt, niemandem. Mir war's ultra peinlich. Und deswegen hab ich mir auch keine großen Gedanken um meinen Namen gemacht und hab einfach das Erstbeste genommen, was mir irgendwann mitten in der Nacht in meinen schlauen Kopf gekommen ist. Und das war irgendwie Barbie Loves Lipsticks. Bei Barbie kommt von Barbara, mein Spitzname von früher und ich mochte Lippenstifte zu der Zeit extrem. Bla bla bla. Nur das Erste war halt, dass viele von euch nie kapiert haben, warum es zu diesem Namen gekommen ist, was auch überhaupt kein Vorwurf ist, weil wie soll man darauf kommen? Jeder hat das halt mit der Puppe in Verbindung gebracht, weil man halt nicht die Vorgeschichte kennt und so. Und jeder meinte, das passt gar nicht zu dir. Und das hat mich aber im Prinzip nicht so wirklich gestört, weil ich fand den Namen immer noch cool. Aber im Laufe der Zeit fand ich meinen eigenen Namen irgendwie immer besser und besser und ich hab den früher echt gehasst. Ich fand Barbara war der schlimmste Name auf der Welt. Mittlerweile mag ich den und hab mich zumindest damit abgefunden und identifiziert. Und Sophie mochte ich eh schon immer. Das ist mein zweiter Name und deswegen, ja, hab ich mir gedacht, irgendwie wollte ich es schon längere Zeit machen. Und jetzt hab ich es gemacht und ich weiß, viele mögen Veränderungen nicht und für viele ist es vielleicht irgendwie ungewohnt und blöd und so. Aber vielleicht können wir uns im Laufe der Zeit daran gewöhnen und ich persönlich bin sehr glücklich damit. Am Ende muss man selbst natürlich immer glücklich sein, das ist das Wichtigste. Aber es wäre natürlich cool, wenn es euch auch gefällt. Also ich hoffe sehr, dass ihr die Entscheidung nicht allzu blöd findet. Auf Instagram hab ich den Namen auch geändert, weil wenn schon, denn schon. Da heiße ich jetzt Barbara-Sophie-Unterstrich und ja, das wollte ich nur einmal vorab gesagt haben, weil es halt eine große Änderung ist für mich. Ich hoffe, es stört euch nicht. Zum heutigen Abo-Special-Video. Wir werden etwas machen, was ich eigentlich echt vermeide wie die Pest und zwar meine wirklich alten Videos gucken. Wir gucken uns heute mein allererstes Video auf meinem YouTube-Kanal an. Also, das ist dieses Video hier unten. Foundation bei Akne, Narben, Rosazea, in Klammern einfach wegschminken. Ganz eindeutig habe ich damals nicht gewusst, was ein Thumbnail ist und wie man eins überhaupt erstellen kann. Okay. Okay, jetzt seht ihr einen ganz leichten Unterschied eventuell. Hi, meine Lieben und herzlich willkommen. Wie ihr wohl schon am Titel festgestellt habt, richtet sich das Video heute vor allem an diejenigen von euch, die Hauptprobleme haben. Oh mein Gott, ich möchte es einfach nur löschen. Was ist bitte mit meiner Stimme los? Warum war die so hoch? Ich war da noch in meinem alten Kinderzimmer. Oh, ich habe dieses Zimmer echt gemocht. Das war so auf dem Dachgeschoss. Ich habe mit meinem Papa alleine in der Wohnung gewohnt und ich mochte das Zimmer echt voll gerne. Mittlerweile existiert es nicht mehr, weil mein Papa auch umgezogen ist. Akne, Pickel, aber auch zum Beispiel sowas wie diese Rötungen im Gesicht. Also, wenn man ungleichmäßige Haut hat und vielleicht, wenn man sogar Narben im Gesicht hat. Und ihr könnt mir glauben, was die Akne angeht. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche und ich weiß, wie schrecklich es ist und wie wirklich... Ich kann das nicht machen. Ich kann dieses Video nicht gucken. Was tust du da, komisches Mädchen? Sprüge mir mal ein bisschen vor. Ich habe ab dann, dass ich vor einiger Zeit erst entdeckt habe. Und ich habe es eben früher nicht benutzt, als ich diese Probleme mit Pickeln, mit Akne hatte. Können wir bitte über meine Frisur sprechen? Was ist das? Wo ist die zweite Seite von meinen Haaren? Warum trage ich diese sehr seltsamen Ohrringe? Meine Haut sieht aber gut aus. Bin ich. Das ist jetzt ein Camouflage-Make-up. Und ihr kennt Camouflage bestimmt schon. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Das ist eben eher Theaterschminke. Das ist Schminke, die im Fernsehen viel benutzt wird oder wenn man Fotos macht. Camouflage. Oh mein Gott, ich habe mir das früher echt jeden Tag ins Gesicht geplascht. Obwohl ich ganz eindeutig, wie man in diesem Video hoffentlich sehen kann, keine Hautprobleme zu der Zeit hatte. Aber ich war so unsicher, dass ich mir dieses Camouflage einfach komplett jeden Tag ins Gesicht geschmiert habe. Das heißt, die Farbe Nummer 4, das ist ein sehr, sehr gelbstichiges, ähm, das ist eine sehr, sehr gelbstichige Farbe. In einer Million Jahre wäre ich damit nicht auf die Idee gekommen, ein Schnittprogramm zu benutzen. Ich habe allerhöchstens ganz am Anfang vom Video und ganz am Ende einen Schnitt gesetzt. Weshalb die Videos auch so ellenlang waren. Das hier geht 14 Minuten lang. Das Ergebnis wird wirklich einmalig sein. Ey, das ist mir jetzt aber, achtet mal bitte auf diese komische, vertrocknete Palme da im Hintergrund. Warum steht die da? Ich glaube, ich habe die von meinem Papa gerettet, weil der auch malig Pflanzen umgebracht hat. Und dann schaffe ich es irgendwie, dass es einigermaßen hell aussieht. Aber was ich viel, viel lieber mache, ist, die Farbe mit der Farbe neu zu mischen, weil das eben sehr, sehr helle Farben sind. Und das Tolle ist jetzt, ihr könnt das wirklich sehr gut im Internet bestellen, ohne die Farben vorher mit getestet zu haben, weil ihr euch die Farben ja selbst zusammen mischt. Das heißt, ihr könnt ruhig ein bisschen variieren. Ich freue mich auf meine Stimme klein, wann habe ich dabei eh nur die ganze Zeit über diese zwei kleinen Make-Up-Bündchen in dem Video. Dann schreibt mir das in die Infobox oder in die Kommentare, nicht in die Infobox. Da kann ihr nämlich reinschreiben. Schreibt euch die Infobox an, wenn ihr Interesse an diesem Manu-Wilz-Produkt vor allem habt, das Vichy-Produkt kommt. Das ist voll wie ein Werbevideo und ich schwöre es nicht, dass das kein Werbevideo gewesen ist. Das drückt doch sehr, sehr auf Selbstbewusstsein. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich bin sprachlos. Was kann ich euch noch sagen am Ende? Ich danke euch einfach von ganzem Herzen, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr dabei seid seit so langer Zeit. Also natürlich nicht jeder seit so langer Zeit. Aber halt, dass ihr da seid und mich unterstützt, indem ihr die Videos schaut, dass ihr Interesse an solchen Themen habt und mir Feedback da lasst und Kommentare. Und generell ist YouTube einfach so eine coole Reise für mich geworden. Wirklich. Ich habe so viele Leute dadurch kennengelernt. Das ist so der Standardsatz, den irgendwie jeder sagt, der so ein Video macht. Aber es stimmt einfach wirklich. Man lernt so viele Zuschauer kennen. Man lernt so viele andere YouTuber kennen. Man hat Kontakte auf einmal zu Firmen. Man kann mit Firmen zusammenarbeiten, was man nie geträumt hätte. Und es ist einfach wirklich eine richtige Traumreise für mich gewesen. Das ist echt jetzt nicht übertrieben. Ich freue mich einfach so sehr, die Gelegenheit gehabt zu haben, das machen zu können. Und eigentlich hat die Gelegenheit ja echt jeder. Jeder kann anfangen, sich zu filmen. Ich hatte auch keine professionelle Kamera am Anfang, wie ihr sehen könnt. Und jeder kann Videos auf YouTube stellen und über jeden Scheiß reden. Scheinbar gucken selbst mein erstes Video viele Leute. Falls irgendwer von euch überlegt, mit YouTube anzufangen. Ich habe so viele Freundinnen und Bekannte und so, die mir immer wieder so sagen, ja, ich habe immer schon überlegt, mal sowas hochzuladen, aber ich habe mich nicht getraut. Traut euch einfach wirklich. Wenn ihr lange Zeit darüber nachdenkt und es immer, immer wieder machen wollt, dann solltet ihr auch wirklich daran arbeiten und es machen. Es ist echt eine coole Erfahrung. Und klar hat man ab und zu mal irgendeinen schlechten Kommentar oder irgendeine schlechte Erfahrung. Aber das ist einfach bei allem so. Und das Positive, das Coole, so diese Community, das Gemeinschaftsgefühl und so, das einfach dadurch entsteht, das ist einfach so viel größer, so viel besser. Und ja, deswegen, ich möchte mich echt von ganzem Herzen bei euch bedanken. Danke, 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 danke einfach von ganzem Herzen. Schaut auf jeden Fall bei meinem letzten Video vorbei mit dem DM-Hall, weil da findet eine sehr coole Verlosung statt. Ich verlose dann nämlich den kompletten DM-Hall. Und ich werde auch auf jeden Fall in nächster Zeit noch ein paar andere Verlosungen planen. Auch auf Instagram, also abonniert mich da auch sehr gerne, falls ihr mir da noch nicht folgt. Oh, und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, weil wenn wir schon bei einem Abo-Special sind, dann fühle ich mich irgendwie verpflichtet, das zu sagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Oder wie die alte Barbara gesagt hätte, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Macht es gut und ciao!